Herzlich Willkommen zurück bei ETMC. Heute zeige ich euch wie in Minecraft ein magisches Buch erstellt. Dafür braucht ihr wie gewohnt einen Comment-Blog. Tut da diesen Ophel rein, führt den aus. Dann bekommt ihr das Magic Book von The Webmage. Und hier kann man jetzt einige Sachen machen, wie... Moment, haben wir auch... Hier seht ihr ja jetzt gerade den Ruhm. Wenn man hier auf Global geht, sterben alle. Können ihr auch schön im Chat. Und hier werden alle Entities in der ganzen Welt getötet. Hier könnt ihr euch halt mit Barrier, Comment-Blog und so geben. Zum Beispiel Mob-Spawner. Was eigentlich ganz cool ist, finde ich. So machen wir die weg. Ja, ihr könnt euch ja... Also ihr könnt Game-Settings ändern. Zum Beispiel auf Peaceful zum Beispiel. Euch jetzt mal versetzen. Ihr könnt Tag-Nacht machen, Regen. Charge-Creeper. Oh, jetzt euch. Oh stimmt. Geht ja nicht hin Peaceful wie auch immer. Geht ja auch nicht hin. Jetzt dürfe ich es aber gehen theoretisch. Ja. Der ist jetzt halt geladen. Gleich. Ist doch nochmal. Achso. Ich bin ja nicht hier mit so... Beide. Äh. Geht jetzt auch nicht. Ja. Ja. Ihr könnt Giant machen. WGF ist der groß. Warte mal eben Screenshot. Äh. Fünf. Äh. Fünf. 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 Ja. Schön für Sunday. Gut. Ähm. Jo. Ja. Ihr könnt Comments ausschalten. Feuer könnt ihr ausschalten. Todesnachrichten. Jo. Mobspawns und sowas. Keep in inventory und so. Ja. Und wie ich sagen. Sieh uns in der nächsten Folge wieder zurück bei ATMC. Ja. Ciao.